Was geht's ab, Leute? Team Babbelt hier, Moksh1. Mit einem super Starter V4 Victory Starterdeck-Opening. Oder das ist gar kein Starterdeck, einfach so. Ein Ding, halt. Wenn's auf geht. Also, jetzt mal die Kübelstraße verpackt. Wie immer. Topia Ray, reprint. Super Starter Power-Up Pack. Hier geht das Scheiß-Hall nicht raus. Schaust mit deinen Fingern. Hier ist Moksh1. Also. Wieso? Moment, Moment. Moment. Ich spiel mal, Moksh1. Mit den Phasen beschrieben wieder mal, nach langer Zeit. Yes, dazu werden wir noch ein paar Widers bringen. Du hast ja gesagt Moksh1. Konkler, Konkler. Das ist perfekt für dein Video. Also. Ein Utopia Ray. Ja. Utopia zum 10.000. Das war. Cosmo Queen. War einmal da vor langer Zeit. Vor sehr langer Zeit. McDonalds with a Burger King special. Einmal Trance. Neo. Legendär. Oh yes. Da haben wir einmal ein Gagaga Kind. Und. Die neue Karte, die wahrscheinlich gut werden könnte. Ja. Die ist nicht gleich. Wenn sie geflippt wird. Darf man einen Hexer-Typ. Äh. Ein Monster-Typ Hexer. Stufe 4 oder niedriger. Von den Flitophil und Special. Ja. Das könnte gut werden kommen. Ist ja auch neu, oder? Ja. Kind ist auch mal. Ich weiß gerade etwas genau was ich kann. Alles klar. Ähm. Irgendwas, das sich selber sucht. Ist auch neu. Ja Mann. Das Ding sucht sich auch über Fliegen immer selber. Gaggia Magia. Gaggia Girl. Gaggia Girl. Gaggia Girl. Wache. Shabasa. Gambara. Pachana. Berg. Gaggia Girl. Die beste Karte. Einhorn. Legende auf Beinen. Beste. Das ist irgendwie alles beste. Beste. Das ist scheiße. Aber egal. Aber die sieht neu aus. Für mich. Das sind diese Blitzschweiter, die vorhin in Folge sind. Achso. Oh mein Gott. Seid ihr schlecht. Die ist gut. Die Karte ist auch lustig. Ego Schub. Gaga. Irgendwas. Die Einheit. Verbündete Gruppen. Das ist geil von der Armee. Bleibler. Spendig. Irgendwas. Schild. Peter Copy. Irgendwas. 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 Dusty. Cole. Und... Fribe. Ich glaub das schlechteste Stadtteil seit langer Zeit. Oh yes. Aber deswegen haben wir sie gekauft. Wenigsten Special Booster, das noch dabei ist. Das wird euch sehr leicht aufgenommen. Ein Säuregolen. Chronomalich irgendwas. Super Rare MST. Super Rare Maltzylinder. Der neue Utopia. So. Zu den kommen wir gleich. Keine Ahnung was das ist. Und... ein paar Random Karten. Heizentopia. Dieses Pack ist stabiler als ein Stator. Alles Gute. Danke noch schön. Säuregolen! Säuregolen! Hip, Hip, Hip tri! Rock, Hip, Hip, Hip! Tine! Jauva! Alli! Ho! Ny Uh! Naiden! Dr Booster und Froуєus! Untertitelung des ZDF, 2020